Und bitte, stets bemüht, der Podcast mit Mirella und Carlo. Haben wir nicht gesagt Carlo und Mirella? Achso, ich dachte, wir machen Mirella und Carlo. Also glaube ich zumindest. Warte mal, was klingt besser? Mirella, Carlo, Carlo, Mirella. Also mir ist es egal. Ja, mir ist es auch egal, was dir lieber ist. Ja, weiß auch nicht. Danke. Stets bemüht, der Podcast mit Carlo und Carlo. Naja, es pendelt sich aus. Genau. Das ist die Energie, die wir brauchen für unsere erste Folge hier. Die Lampe, die hier rumwackelt. Herzlich willkommen. Ihr könnt diesen Podcast mit Video, ohne Video gucken oder hören. Auf allen Plattformen, wie ihr Bock drauf habt. Wir beide hatten Lust, einen Podcast zusammen zu machen. Richtig. Einfach aus Jux und Tollerei. Und da kommen wir auch schon zum ersten Sponsor. Diese Folge wird präsentiert von... Wir hatten mal einen ordentlichen Sponsor gebraucht, damit wir das Audio-Setup hier, an dem wir jetzt ewig, natürlich komplett ohne Unterstützung von außen haben wir das natürlich geschafft, dass es jetzt endlich läuft und ihr uns hören könnt. Aber ja, da hätten wir mal einen Sponsor gebraucht. Da hätten wir echt einen gebraucht. Aber was wollen wir mit dem Podcast machen? Einfach uns unterhalten. Einmal die Woche, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Genau. Solange wir nicht krank sind oder der Mund schlecht steht. Richtig. Und wir wollen einfach ein bisschen quatschen. Es wird ein Laber-Podcast. Wir werden uns inhaltlich wenig bis gar nicht vorbereiten. Ja. Weil, ich denke, ehrlich gesagt, ich habe da mal drüber nachgehört, ist es fast schwieriger als bei so vorbereiteten Podcasts. Ich habe das Gefühl, wir machen die Königsdisziplinen. Wenn schon, denn schon. Ich auch komplett ungeübt. Aber gleich die Königsdisziplin, warum nicht? Ja, es ist, glaube ich, gar nicht so ohne. Einfach so ein bisschen drauf loszureden. Aber ich höre persönlich solche Podcasts am liebsten. Und das ist nämlich, weil ich höre auch eigentlich fast keine Wissens-Podcasts oder so. Das ist für mich eher was, was im Hintergrund läuft. Da will ich mich nicht konzentrieren müssen. Deswegen hoffentlich ist das auch was, was ihr hören möchtet. Aber ich habe tatsächlich heute was vorbereitet. Nur eine kleine Sache, um auch die Latte nicht zu hoch zu legen. Aber ich dachte, für den Anfang ist es ganz gut, weil die Leute sollen uns ja vielleicht auch ein bisschen kennenlernen. Wir müssen uns ja auch so ein bisschen kennenlernen. Und bei mir ist gerade großes Thema Freundschaftsbücher. Also im Kindergarten geht das nämlich jetzt los. Ich finde, das ist sehr früh. Schon, ja. Also dafür, dass die Kinder überhaupt nicht lesen, schreiben oder irgendwas können. Aber ich finde es gut, wenn man Dreijährige schon fragt, was sie mal werden wollen. Ja, es ist auch mehr so ein Mutti-Wettbewerb, was die Eltern sich für ihre Kinder vorstellen. Ja, und dann kann man da so Sticker reinkleben. Und dann kann man auch ankreuzen, so was für Eigenschaften dieses Kind hat. Und da waren teilweise auch echt gemeinsame Sachen. Aber ich dachte, wir gehen das einfach mal durch. Bitte, ja. Das ist ein sehr guter Start, ja. Also erstmal, es sind 15 Fragen. Okay. Wir fangen mit dem Alter an. 27 ein Viertel. Mhm. Ja. Ich bin 30 ein Halb schon fast. Eigentlich müssen wir das, also wenn das für so Dreijährige oder könnte man fast noch in Monaten auswählen. Ja, stimmt. Bei denen ist es so, die haben tatsächlich so Kreise oder irgendwas, was sie dann ausmalen können. Also drei Kreise oder vier Kreise. Bei uns wäre es viele Kreise. Viele, viele Kreise. Dann die Frage, so bin ich. Oh. Das ist direkt ein Grund. Das ist die Frage an ein Kindergartenkind. Wow. Ja, vor allem die Eltern schreiben rein, laut, nervig, ungeduldig. Oh, wow. Das ist wirklich ein Therapiebuch für die Eltern, nicht ein Freundschaftsbuch für Kinder. Ähm, ich bin... Vor allem drei. Ich finde, mit drei ist man vor allem drei und sonst nichts. Ja. Okay, aber wer bist du? Ich bin voller Vorfreude, dass wir das heute jetzt endlich machen. Oh. Ja. Weißt du, was ich bin? Stets bewegt. Oh. Das ist also auch vorbereitet. Das steht hier schön drin. Tatsächlich nicht. Okay. Meine Lieblingsfarbe. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage für die Zuschauernden. Habe ich mir auch tatsächlich vor kurzem erst wieder Gedanken drüber gemacht. Das macht man ja manchmal so als 27-Vierteljähriger. Und ich glaube, ich habe ja Mediengestalter gelernt, da lernt man ja auch ein bisschen was über Farblehre und sowas. Und ich finde eigentlich, jede Farbe kann gut sein, wenn die nur im richtigen Kontext stattfinden. Ich fände, das ist aber ein sehr erwachsenes Mindset. Früher als Jugendliche oder auch als Kind, da hatte ich sehr starke Emotionen zu manchen Farben. Ja. Geht gar nicht. Da habe ich rot gesehen quasi. Ja. Und heute, look at me. Ja, look at you. Aber ich glaube, so warme Farben. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch warme Farben eher nehmen. Aber du hast jetzt keine spezielle Lieblingsfarbe. Nee. Muss man? Was ist deine Lieblingsfarbe? Naja, da würdest du jetzt eigentlich mit einem Buntstift die Farbe quasi malen. Ja, ich werde das ja öfter gefragt, weil bei uns im Haushalt wird ja natürlich viel diskutiert, was die Lieblingsfarbe von der jeweiligen Person ist. Ich habe, glaube ich, aktuell ist es irgendwie lila. Das ist schon länger aber auch, oder? Ja, das ist eine lila Phase, die ich habe. Aber es ist auch sehr Gen Z. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht. Hast du mich gerade Gen Z genannt? Ja. Oh, danke. Glückwunsch. Das war nur ein Versehen. Entschuldigung. Aber Pantone macht ja immer so die Farbe des Jahres. Ich glaube, das ist nicht dieses Jahr die Farbe des Jahres. Aber es gibt immer so, es gab doch zum Beispiel Millennial Pink. Oh. Also das ist so eine Farbe, die dann irgendwie Millennials sehr angesprochen hat. Dann gab es Wandfarben in Millennial Pink und die wurden dann sehr viel von dieser Generation gekauft zum Beispiel. Und jetzt die neue Farbe ist fast so ein Lila. Lila. Das ist jetzt der Bonus für alle Leute, die sich das auf YouTube anschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich vorbeischauen. Weil sonst könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was für ein Lila wir hier besprechen. Ich glaube, das geht in diese Richtung. Also du sagst, ich bin im Trend. Ja. Mal wieder. Ja, das kennt man ja von mir. Dann Lieblingstier. Auch ein großes Thema. Ich glaube, eine Katze. Kontrovers. Aber auch basic. Ja. Habe ich nicht gedacht. Auch Giraffen mag ich auch sehr gerne. Ist aber auch ähnlich. Ist ähnlich. Die Katze ist, wenn... Der Bruder der Giraffe. Ja. 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 Die Giraffe des Haushalts. Ja. Ja. Und dein richtig. Mein Lieblingstier... Wie bitte? Hund, musst du sagen. Weil ich einen Hund habe. Ja. Aber ich habe ja auch eine Katze. Die wohnt ja hier nebenan bei meiner Mama. Falls die Leute mal wieder fragen. Wie geht es eigentlich, Jürgen? Also ich habe den noch nie gesehen und ich weiß auch nicht, wie es ihm geht an der Stelle. Jürgen, melde dich, wenn du das hörst. Nein, der wohnt nebenan bei meiner Mama. Mein Lieblingstier ist aktuell, aber ich glaube, das liegt auch an Instagram und an meinem Algorithmus, so kleine Kühe. Kennst du die? Wir haben vor kurzem schon über Kühe gesprochen. Wir? Ja. Als ich fast geweint habe. Weil ich vor kurzem, das war echt sehr schön, wir haben eine Freundin in der Schweiz besucht und auf dem Rückweg... Da war ich nicht dabei. Nee, wir, aber nicht wir. Ich war in der Schweiz bei dieser Freundin, die dort wohnt, jetzt seit Neustem. Und dann sind wir zurückgefahren und dieser Rückweg war allein so schön. Also alles, was wir dort erlebt haben, war natürlich auch schön. Aber der Rückweg ist durch, nennt man das Almen, halt so grüne Wiesen. Ist das Alm nicht das Haus eher dann? Das kann auch sein. Nee. Auf der Alm, die Reality Show. Jedenfalls sind wir durch grüne Wiesen, Weiden, mit Kühen draufgefahren. Weiden? Ja. Und dann standen halt sehr viele Kühe immer in Gruppen. Und ich habe mich so reingesteigert in dem Moment, dass ich mir vorgestellt habe, dass da eine Kuh aus dieser Gruppe rausgenommen werden könnte und gegessen werden könnte. Dass ich, ja, da wurde ich ein bisschen emotional. Ich habe tatsächlich gedacht, du hast dir einfach nur vorgestellt, dass die quasi ausgegrenzt wird aus einer Kuhgruppe und dass sich das so emotional gemacht hat. Nee, eher so. Dass du einfach eher so was von dir selber projiziert hast auf die Kuh. Meine größte Angst ist tatsächlich, dass ich in einer Gruppe nicht dazugehöre. Ich komme ganz schlecht, wenn Leute so sich super gut verstehen und ich nicht dabei bin. Und ich werde dann direkt, ist mir das nicht wieder aufgefallen. Ich werde dann direkt so persönlich angegriffen. Und das ist so eine richtige, so eine Angst, so eine Urangst, die ich habe, dass ich irgendwie ausgeschlossen werde und in einer Gruppe nicht dazugehöre. Weil das früher so war? Jetzt wird es direkt tief, ey. Keine zehn Minuten. Wir waren beim Lieblingstier. Ich glaube schon, das war schon immer so zugehören und nicht dazugehören und alle werden zum Geburtstag eingeladen, außer ich und so. Das war schon immer ein großes Thema für mich, dass ich immer Angst davor hatte oder das auch mir passiert ist oder ich dann auch besonders cool sein wollte oder besonders laut ist und ein bisschen übertönt habe, diese Unsicherheit auch. Der Teenager, der noch in dir steckt. Gen Z, bist du halt einfach. Naja, okay, zurück zum Tier. Jetzt kommt das liebste Spielzeug. Oh mein Gott, wie süß. Ich habe vor kurzem mir so ein Jenga-Spiel gekauft, in Bund. Und da war ich ehrlich gesagt ganz begeistert davon, dass es mehr Spaß gemacht hat, als ich das erwartet hätte. Regenbaumfarben. Quer. Weil man es quer und hoch kann spielen kann. Ja, das meine ich damit. Was ist dein Lieblingsspiel? Spielzeug. Ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich die Fragen gar nicht ganz durchgelesen. Also ich bin nicht vorbereitet. Ich bin zwar stehen zu mir. Nee, ich glaube, mein liebstes Spiel an sich ist Skippo. Ich liebe Skippo. Das macht einfach immer Bock. Und sonst bin ich auch eigentlich gerne so eine Exit-Game-Maus. Tatsächlich. Ich bin so schlecht im Exit-Game. Also ich spiele gerne mit, aber ich will nicht, dass ich… Stimmt, ihr habt es letztens gemacht, wo ich nicht dabei war. Und ihr habt es nicht geschafft, ne? Da ist der Angstmoment gewesen. Doch, wir haben es geschafft. Nee, aber die Zeit war schon abgelaufen. Lügt nicht. Nur weil wir eine Viertelstunde mehr Zeit bekommen haben. Aber ich sage euch was, wenn ich dabei gewesen wäre, ich habe das mal mit meinen Neffen gespielt, die deutlich jünger sind als ich. Und ich bin da reingegangen und habe gesagt, Leute, das ist ja kein Witz. Wir strengen uns jetzt an. Ich habe die Kommandos gegeben. Jetzt konzentrieren wir uns mal alle. Und das ist mein Problem bei Spielen. Das kriege ich auch öfter mal anscheinend von den Leuten, mit denen ich zusammenspiele, weil ich das nicht ernst nehme. Ich habe auch einen Sportunterricht in der Schule, war eh ein Thema. Aber ich habe eine ganz krasse Erinnerung, als ich beim Sportunterricht war. Und ich habe es nicht ernst genug genommen und habe gelacht, weil halt irgendwas für das Team, in dem ich war und in dem ich garantiert nicht sein wollte, nicht geklappt hat. Nur als Letztes gewählt wurdest. Ja, auf jeden Fall. Und da wurde ich so angekackt, weil ich gelacht habe darüber, dass jetzt kein Tor gefallen ist oder so. Wahrscheinlich war es Fußball, das weiß ich nicht mehr. Natürlich war es Fußball. Völkerball. Oh mein Gott. Völkerball habe ich mich direkt abwerfen lassen, damit ich da nicht in der Mitte stehen. Ich habe einen Völkerballtrauma. Was ist das denn für ein Scheißspiel, wo man Kinder abwirkt? Das heißt, auch bei manchen Feuerball macht es auch nicht besser. Das ist aber ein anderes Spiel, glaube ich. Es gibt zwei verschiedene. Nee, es gibt dann noch so eins, was so ähnlich klingt. Ich komme auch nicht mehr mit. Wir haben es einmal Völkerball gespielt. Das war tatsächlich ein bisschen lustig mit Gymnastikbällen, mit so riesigen Bällen. Oh, das ist geil. Das war witzig. Und dann war irgendwann auch mal größere, weil die dann auch nicht so hart sind. Und da waren so richtig große und mehrere Bälle drin. Und dann habe ich nur gesehen, wie eine gerade in die Richtung guckt, aber von der Seite so ein riesiger Ball, so in Slowmotion habe ich es gesehen. Boing, boing und so voll in ihr Gesicht rein. Und da habe ich mir in die Hose gepinkelt. Vor Lachen? Ja. Ich habe so toll gelacht. Da kam, das war, glaube ich, eins der einzigen Male, dass ich mich im fortgeschrittenen Alter, ich glaube, da war ich bestimmt in der 10. Klasse, da habe ich mir echt in die Hose gepinkelt. Vor Lachen. Krass. Da musste ich auf Toilette und gesagt, so, die Höschen ist nass. Aber es ist wenigstens die schönste Art, sich in die Hose zu pinkeln. Ja, aber da erinnere ich mich auch dran vor Lachen. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Wir haben bloß mal Tennis, aber mit der Hand gespielt und das mit so einem riesigen Gymnastikball. Tennis mit der Hand? Ah, und? Halt so einfach, wie als würdest du Tischtennis halt spielen? Ich habe keine Ahnung von Tennisregeln oder irgendwas. Tischtennis ohne Tisch, ohne Schläger und ohne Tischtennisball. Richtig. Aber sonst genau Tischtennis. Na, wir hatten ja das Netz. Das hat gelangt. Ja. Nee, aber ich finde Skippo auch eine Runde. Finde ich eine Runde wert immer. Ja, schon. Ja, wir können auch gerne, du kannst mich gerne auf eine Runde Jenga einladen. Ich bin dabei. Ja, gerne. Das machen wir nächstes Mal im Podcast. Das ist ein gutes akustisches Erlebnis, wenn es umfällt. Das stimmt. Ja. Tatsächlich. Da können die Leute quasi richtig mitfiebern. Ja. So, das esse ich am liebsten. Lasagna. Nudeln, war klar. Lasagna. Echt? Das ist ein Lieblingskrieg. Ja. Schon immer aber irgendwie. Selbstgemacht? Ja, auch von mir mittlerweile selbstgemacht. Ja. Immer ein bisschen Rotwein rein. Nein. Ja. Das ist wirklich eins der wenigen Gerichte, wo ich mir selber Mühe gebe, weil ich aber auch weiß, da esse ich fünf Tage von, wenn ich da eine Auflaufform mache. Ich überrasse mich, dass ich die noch nie probiert habe. Ich habe die sogar schon bei meinem Büro dabei gehabt. Ja, aber ich weiß ja, wie oft ich über Probe bin. Kakaholic. Mein Lieblingses ist, glaube ich, Pizza. Ja, gut. Das geht ja immer. Das ist ein Klassiker. Wir sind aber auch wirklich zwei Kinder geblieben, ne? Ja. Ja, wir sind halt jung. Wir lieben bunte Farben. Und wir essen gerne Nudeln und Pizza. Ja. Das finde ich am ekligsten. Kaka. Spinnen. Wirklich Spinnen? Nee. Ich habe nur überlegt, was ein Kind sagen würde. Aber Spinnen sterben irgendwie gar nicht. Kaka finde ich schon eklig. Ja, Kaka glaube ich schon. Und ich habe das vor kurzem wieder mitbekommen. In meinem Umfeld gibt es mehrere Kinder. Und ich finde, sobald die Kacke nicht mehr Babykacke ist, sondern Menschenkacke, wird es kritisch. Aber ich glaube, die Kacke von den eigenen Kindern geht noch. Ja, ich habe keine eigenen. Ja. Aber ich glaube, dass es macht einen Unterschied. Ja, glaube ich auch. Dann ist es nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl. Aber ich finde, oh, weißt du, was ich richtig eklig finde? Kotzen finde ich tatsächlich eklig als Kacken. Ich hatte eine richtige Kotzangst eine Zeit lang. Ich habe auch eine Kotzangst. Immer noch? Nee. Mittlerweile habe ich schon zu oft gekotzt. Ja, eben. Ich habe zum Beispiel ein allererstes Mal von Alkohol mit 18 gekotzt. Ich auch. Und ich weiß noch den genauen Abend. Ich auch. Was hast du da getrunken? Ach boah, ich glaube Bier. Ich habe Wodka Brause getrunken. Da wundert man sich, wenn man da gekotzt hat. Aber Bier ist ja auch eine Art Brause. Ja. Bier, Bierschiss, auch das Schlimmste. Gut, dass wir direkt die Themen abhandeln. Ich habe gerade noch über Kacka geredet. Naja, und an dem Abend hatte ich noch meinen ersten Kuss. Wirklich? Navor am Kotzen oder nach dem Kotzen? Nach dem Kotzen. Nein. Ja, aber hat mich nicht gestört in dem Moment. Ja, dich nicht. Da ging es mir ja wieder besser danach. Die andere Person. Aber, ja, die wusste das ja nicht. Wir sind ja zusammen. Nee, aber das, ja, ich weiß es auch noch, dass ich halt so eine lange Angst davor hatte, bis es dann passiert ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, so schlimm ist es gar nicht. Ich finde Kotzen immer noch richtig schlimm. Ja, es ist ja auch so, das ist der Körper reagiert da so. Also ich weine dabei. Ich auch. Meine Nase läuft. Ich auch. Ich kam bei mir auch letztens dann Kotze durch die Nase. Wir haben jetzt schon alle Hörerinnen verloren. Ich habe mich dann geschneut und da war dann Kotze drin. Und davon musste ich nochmal kotzen, weil ich so eklig war. Das war übrigens nicht von Wodka-Brause, das war von Pizza Hawaii. Ich habe auf meiner Tour schon drüber geredet. Da kam die Pizza Hawaii, kam vorher wieder raus. Naja, aber es ist die Frage, was finde ich am ekligsten? Es tut mir leid. Es gibt bestimmt Leute, die jetzt wirklich abschalten müssen, weil die das super eklig finden. Ja, kann schon sein. Aber es ist eben auch. Wir sind stets bemüht, es ein Recht zu machen, aber wir wissen, dass wir es nicht tun. Meine beste Freundin. Ich würde den Namen jetzt ungern sagen. Ja, das ist okay. Aber die Person weiß ja, wer es gemeint ist. Sehr gut. Ich glaube, ich habe gar nicht so eine beste Freundin. Ich glaube, ich auch nicht. Ich mag das auch nicht früher, weil das war so ein Thema. Aber die Person weiß, wer sie ist. Ja, die Person, die können sich ja mehrere Personen angesprochen fühlen. Ja, ja, genau. So machst du das einfach immer. Du, ich will da keinen Namen nennen, aber die Person, du da draußen. Du weißt, wer du bist. Und dann kriege ich 15, als ob ich so viele Freunde nenne, Nachrichten von Leuten. Hey, danke für den Shoutout. Ich habe es gesehen im Video und du so, hä? Au, welche Folge? Nee, aber das war doch auch früher so ein Ding. Es gab doch auch auf MySpace sogar diese Listen, dass du deine Freunde ranken konntest. Hattest du noch MySpace? Nein, aber ich kenne das noch. Aber du hast Geschichten gehört, du hast Podcast gehört. Und das finde ich widerlich, ehrlich gesagt, dass man da Leute rankt. Und vor allem, wenn es dann geändert wird, wie krass ist, dass du weißt, die ganze Zeit warst du dir Nummer eins und dann guckst du auf das MySpace-Profil und siehst, ich bin Nummer zwei. Deswegen, ich finde diesen Begriff, bester Freundin, ist ein bisschen überflüssig. Da ist auch so. Man hat ja auch Leute für Themen auch, ne? Richtig. Ich kann mit manchen Leuten auch über das eine besser sprechen und dann über das andere. Ja, deswegen haben wir ja auf dem Podcast, wir reden hier über das Kotzen zusammen. Genau, und das ist unser Thema. Das will ich lernen. Ich würde gerne stricken oder häkeln lernen. Oder auch nähen. Ich würde gerne eigene Klamotten auf jeden Fall herstellen. Ja, du hast ja schon diese Jeans-Tasche. Ja, die ist auch schön. Die hast du auch oft im Büro schon dabei. Da passt ja auch Laptop rein und Wasserflasche. Praktisch. Ja, die ist ja auch sturdy. Ja, absolut. Nee, ich würde wirklich gerne nähen können. Ja, ich würde es auch gerne können, aber ich weiß, dass ich dazu gar kein Talent habe. Das weiß man ja nicht, bevor man es ausprobiert hat. Vielleicht, weißt du, vielleicht ist das das, was du gebraucht hast, um dann einmal geduldig zu sein. Nee, ich weiß, du was? Ich habe das mal probiert und zwar vor zehn Jahren, ne, acht Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe. Da war ich im Magnolia-Netzwerk, sagt dir das noch was? Und da mussten wir immer so Videos für den Magnolia-Kanal produzieren und da waren die gerne auch so Do-it-yourself-Sachen. Und dann habe ich was genäht. Ich weiß schon ehrlich gesagt nicht mehr was, aber das war wirklich ganz schlecht genäht und es ist auch sofort aufgegangen. Aber natürlich eben Do-it-yourself, wie du sagst, ganz klasse aus. Das können wir ja mal suchen und vielleicht finden wir es nochmal. Ich habe da auch so Patches, glaube ich, so dran gemacht. Hier so an die Ellbogen zum Beispiel. Das war damals ein großes Thema in meiner Welt zumindest. Bei mir auch. Ich hatte auch einen Pulli da so. Aber bei mir ist das Problem eher die Geduld. Ich habe dann, es muss ein schnelles Ergebnis geben, sonst bin ich raus. Aber ich finde, zu dir würde auch so häkeln oder so passen. Das sehe ich bei dir. Ich würde gerne lernen, also ich habe ja schon mit dem Töpfern so angefangen. Und jetzt habe ich sogar die Töpfer-Sachen alle hier direkt um die Ecke. Aber das kannst du ja schon. Ja. Ich würde gerne noch mehr in dem Bereich lernen. Ja. Und einfach mal die Zeit mir nehmen, irgendwie das zu machen. Und sonst, manchmal denke ich, ich würde gerne noch mal irgendwas studieren oder so. Das hatte ich auch vor kurzem, diesen Gedanken. Aber direkt danach, den anderen Gedanken, dass man dann Prüfungen absolut anzieht. Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, diese Drucksituation nochmal. Ich würde gerne lernen, mit Druck und Stress umzugehen. Na siehste. Also das ist ja die erwachsenste Antwort jetzt überhaupt. Ich würde Geduld gerne lernen. Ich habe das, das ist mir das nicht aufgefallen. Ich finde, mit so einem Kind lernt man Geduld ganz schön dolle. Also ich komme da sehr schnell, sehr oft an meine Grenzen, was so Geduld angeht. Aber zumindest habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden. Glaube ich schon, dass es besser ist. Ich bin halt mein eigenes Kind, deswegen, wo ist da der Maßstab? Also ich kann einfach aufhören und dann selber schuld. Ja. Ja, dranbleiben, ne? Ja. So, das ist auch die letzte Folge von unserem Podcast. Das kann ich gut. Wow, das ist schwerer, oder? Kannst du, jetzt fällt es dir schwer zu sagen, was du gut kannst. Du kannst auch gegenseitig, ich finde, ich kann dir sagen, was du gut kannst. Na dann. Ähm. Ich bin ganz ober. Ich finde, du bist sehr kreativ. Ja, das, ja. Ja, das claim ich, ja. Du bist sehr, sehr schlagfertig, spontan. So halt all das, was du auch brauchst, um deinen Content so zu machen. Ich glaube, du bist sehr empathisch. Mist, jetzt habe ich keine Antwort mehr von dich. Ja, du bist so wie ich. Link auf. Yes. Und nee, und du bist halt auch so, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, weil ich glaube, manche anderen würden das vielleicht auch schlecht finden, aber ich finde, du bist sehr likable. Das finde ich nicht schlimm. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die man gelernt hat, so, das ist bestimmt auch ein Trauma, wenn man sich, wenn man sich immer Gruppen anpassen möchte, um halt auch irgendwie dazu zu gehören oder so. Aber das ist ja auch nicht, also ich finde das nicht negativ. Nee, ich finde aber auch nicht, dass es so wirkt, als würdest du dich anpassen, sondern ich finde, du bist einfach so eine Person, wo man einfach gerne so mit Zeit verbringt oder um sich herum hat, weil. Das ist aber sehr schön. Ja, das sage ich jetzt auch nicht, ich habe es mir auch nicht überlegt, aber weil, ich habe mir überlegt, wenn ich so an dich denke, was ich da so spüre oder so, und dass du halt, ja, dass man gerne irgendwie Zeit wieder verbringt. Ich meine, wir können ja auch darüber reden, so, du warst oder bist ja aktuell noch teilweise angestellt, aber wir machen diesen Podcast als breite, selbstständige Personen, die freiberuflich arbeiten und auf Augenhöhe, also nicht, dass Carlo als mein Angestellter diesen Podcast macht, weil das ja auch zum Ende des Jahres, du das ja nicht mehr machst, weil du dich dann der Selbstständigkeit komplett widmest. und ich freue mich, also ich hätte es richtig schlimm gefunden, für mich persönlich, wenn ich jetzt gewusst hätte, das ist das Ende jetzt im Dezember, dass du dann einfach weg bist aus meinem Leben und deswegen freue ich mich so, dass wir diesen Podcast machen, weil ich weiß, okay, ja, das ist aber gar nicht so kitschig gemeint irgendwie, aber dass ich denke, ja, wir verbringen trotzdem noch Zeit miteinander, weil ich einfach gern mit dir rede und mich austausche und man viel lacht und einfach das so entspannt ist und man nicht das Gefühl hat, man muss die ganze Zeit aufpassen, was man sagt, weil es könnte irgendjemand, ich denke jetzt irgendwie an Selling Sunset, da kriegt jeder alles in den falschen Hals oder was weiß ich, sondern man kann einfach so sein und es ist sehr effortless. Ja, das ist auch, das ist immer wirklich sehr schön und mir ging es auch ähnlich, also ich habe ja auch mit dem Ende dieses Jahres und dann wird sich einiges ändern, ich bin dann das erste Mal in meinem Leben nicht mehr im Angestelltenverhältnis, das ist das, was ich gewohnt bin, das ist so meine Sicherheit, ich hatte immer einen sicheren Tagesablauf, wusste, wann ich wo sein muss und so und das, das erste Mal so zu verlassen, ist schon ein großer Schritt für mich, muss ich sagen, ich bin eh so ein Sicherheitstyp. Das glaube ich, ja. Aber dass wir jetzt das hier anfangen, dieses gemeinsame Projekt und dass du weiterhin eine Konstante bist, das hilft mir auch schon sehr, weil, jetzt kommen wir zu dem, was ich finde, dass du gut kannst, ich finde, du bist sehr gut darin, dieses Empathische und du bist sehr gut darin, das Gute in deinem Gegenüber zu sehen und du hast einen guten Blick, glaube ich, für Leute und kannst immer gut einordnen, was ist böse gemeint, was ist gut gemeint, was ist böse gemeint und kannst dich sehr gut so in Situationen und in Menschen reinversetzen. Das sind die Stunden Reality-TV, die ich da rein investiert habe. Ich habe die Leute analysiert. Ja, nee, ich weiß nicht, ob das ein gutes Kompliment ist, aber ich finde, du hast einen sehr guten, einfach einen Blick für Leute. Dankeschön. Also, ich weiß nicht, ich habe mir auch sehr viel, finde ich, schon abschauen können, dadurch, dass Mirella, als ich angefangen habe, bei ihr zu arbeiten, das war jetzt vor zwei Jahren, hatte ich selber davor nicht viel mit Video zu tun, also das war, was ich davor gemacht habe, immer nur hobbymäßig und ich habe davor lange im Print-Bereich gearbeitet, was ja komplett anders ist als dieser Online-Digital-Video-Bereich und trotzdem hat Mirella von Anfang an mir so einen Vertrauensvorschuss gegeben, den ich nicht gewohnt war, weil ich habe davor in einer großen Firma gewohnt, äh, gearbeitet, gewohnt. Gewohnt ist schon richtig. Das ist auch manchmal dieses Gefühl bei der 40-Stunden-Woche, so, wo man, kann man schon mal denken, was man da wohnt, aber das war ich davor nicht gewohnt und das dann auf einmal so zu bekommen, daran musste ich mich erst mal gewöhnen und das ist, finde ich, eine sehr gute Eigenschaft, einfach mit einer, dem Person gegenüber ein gutes Gefühl zu geben und Vertrauen zu geben, weil dann wird es auch gut. Ja, stimmt, aber das ist auch, man kann das auch nicht bei jeder Person machen. Also es gibt auch Leute, die, die brauchen auch vielleicht diese Kontrolle oder dieses Ding, also manche Leute brauchen auch diesen Freiraum und können da aufblühen und andere sind total lost in diesem, in dem Ding, glaube ich. Aber ich, zum Beispiel, ich kann diese Kontrolle ja auch nicht bieten, weil ich einfach nicht die Zeit habe, so Personal noch so ewig zu organisieren und zu strukturieren, sondern ich hoffe dann einfach immer darauf, dass sie das gewissenhaft und so erledigen und habe ja auch gute Erfahrungen mit dir gemacht und du hinterlässt natürlich jetzt eine riesige Lücke, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Wir widmen uns der nächsten Frage, das mache ich in der Schule am liebsten. Pause. Das habe ich auch immer geschrieben und ich dachte immer so funny, oder? Ja, ja, weißt du. Oh mein Gott, bin ich lustig. Pause. Und dann hat man geblättert, auch Pause, auch Pause, auch Pause. Das haben die alle abgepaust. Du? Ja, Pause. Das wünsche ich mir. Zeit. Für? Für alles. Podcast. Ja. Nee, Zeit. Hast du das Gefühl, du hast zu wenig Zeit? Ja, schon oft. Nicht? Doch? Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein universelles Problem. Aber eigentlich auch manchmal nicht. Manchmal schon. Es gibt so Phasen. Vor allen Phasen denke ich da, oh, jetzt gerade ist wenig Zeit. Ja, immer so. Aber vor drei Wochen hatte ich noch viel Zeit. Da war doch die Tour. Hm. Aber ich glaube, dadurch, dass ich dann alles andere weniger gemacht habe, war es nicht so stressig für mich. Also die Tour an sich war halt aufregend und herausfordernd. Aber ich hatte dann, zwischendurch hatte ich schon Zeit. Ja, das ist doch gut. Aber ich finde, es geht einem immer besser, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Dann habe ich Zeit, Leute zu treffen, die mir gut tun. Dann habe ich Zeit, Familie zu treffen. Die tun mir natürlich auch gut. Das kam jetzt so rüber. Und Zeit, auch mal nichts zu tun. Für mich, genau. Das selber nur zu gucken. Ja. Ja, auch wichtig. Mein Lieblingslied. Wir können auch machen, Interpretin. Du kannst auch mal du zuerst beantworten jetzt langsam. Nee, ist doch egal. Justin Timberlake, ist es bei dir. Jetzt bei Frage 13 brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben es gleich geschafft. Ja, Justin Timberlake, Jesus, wollen wir das Phasen in Folge 1 direkt aufmachen? Jesus? Jesus, ja. Jesus, Maria und Josef. Na, weil doch Justin Timberlake, weil doch jetzt die Britney Spears-Biografie rauskam. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe natürlich die Zitate und was mitbekommen. Und das Thema mit der Abtreibung. Ich glaube, das ist zu viel für die erste Folge. Aber es ist natürlich, es dämpft so ein Bild auf Justin Timberlake. Und ich glaube, ich kann jetzt in der kürzesten Zeit, ich habe mir da auch noch kein großes, ich habe da kein finales Fazit, außer, dass es natürlich mega kacke ist, wenn das so gelaufen ist. Oder wie sie beschreibt, dass es gelaufen ist. Und vor allem, auf der anderen Seite ist halt Justin Timberlake auch ein großartiger Künstler. Also beides kann ja existieren und beides kann ja in meinem Herzen existieren. Und was das für Konsequenzen hat, weiß ich gerade noch nicht. Muss ja auch keine haben. Also das ist wieder dieses, trennt man die Kunst vom Künstler, das ist ja eh so ein schwieriges Thema. Ja. Und ich glaube, du hast privat recht wenig mit ihm zu tun. Dazu kann ich leider nichts sagen. Grüße. Denkst du, dass ich wenig mit Justin Timberlake zu tun habe? Ich weiß nicht, wie viele Poster du von ihm aufgehängt hast. Aber ich glaube sonst, weißt du, was lustig ist, dass ich ja schon so Sachen sage, wie, dass ich ja Künstlerin auch entdeckt habe. Ich finde, weißt du, wen ich zum Beispiel entdeckt habe? Jetzt zu wissen. Erzähl. Vielleicht kennst du sie, Billie Eilish. Sag mir nichts. Wer ist der? Der Billie Eilish, da habe ich schon, bevor die groß war, habe ich schon das Leuten gesagt, die wird ganz groß rauskommen. Und zack, ist es passiert. Gleiches Thema mit Lord. Da habe ich hier ihren Royals Song, der hatte 15.000 Aufrufe auf YouTube. Und den hast du gekabert. Den habe ich gekabert auch noch. Und danach ist sie groß geworden. Dritte Person, Doja Cat. Das erste Album, Pörr, habe ich schon lange, lange gehört. Woher weißt du das? Weil ich das mitbekommen habe von dir. Siehst du, ich mache die Leute groß. Ich habe zwar nichts dazu beigetragen, dass ich die Leute groß habe. Aber in meiner Welt ist es so, ich habe hier das Gehör für Talent und ich höre die und durch meine drei Lissens im Monat, da werden die hochkatapultiert. Also ja, gern geschehen, ihr drei. Die hören ja auch den Podcast und folgen mir und so. Die wissen ja auch, wer ich bin. Ist ja klar. Aber die habe ich ganz groß rausgeholt. Doja Cat würde ich auch als aktuelle Lieblingskünstlerin, glaube ich, mit ganz vorne drauf nehmen. Ja, bei dir. Ja, auch kontrovers. Ja, aber wer ist denn heutzutage nicht kontrovers? Deine Lieblingskünstlerin, Shireen David. Natürlich auch. Ja, siehst du. Die habe ich zum Beispiel groß gemacht. Durch meine Views auf YouTube damals. Ich glaube, Beyoncé, ich habe gestern wieder was über Beyoncé gesehen. Dachte mir so, da ist es schon krass einfach. Weil sie so eine, also nicht mal nur als Sängerin oder weil sie Liedergut ist, sondern einfach als Künstlerin. Die ganze Figur, die sie geschaffen hat, finde ich schon beeindruckend. Man weiß nichts über sie, aber man weiß trotzdem viel über sie. Und diesen Grad irgendwie zu halten über so viele Jahre, das finde ich sehr bewundernswert. Weißt du, was mir aber aufgefallen ist? Ich habe letztens gesehen auf ihrem YouTube-Kanal, da hat sie dieses Teaser-Video für ihre Tour-Filme hochgeladen. Der hat nur irgendwie eine Million Aufrufe. Oder was, Milliarde. Oder liegt es dann an, weil sie es auf Instagram gepostet hat und da hat es einfach mehr Leute gesehen? Ich glaube, also gestern erst habe ich was von ihr auf Instagram gesehen. Das war auch so lustig. Sie hat das Video gestartet mit erstmal Millennial-Pause. Kennst du? Nee. Das ist, wenn Millennials Videos aufnehmen und die erste Sekunde lang noch stumm sind, weil sie abwarten, dass die Aufnahme gestoppt ist. Also es geht so, Start. Hey, it's Beyoncé. Das hast du gesagt. Und alle Leute so, Girl, we know who you are. Sie muss sich nicht vorstellen. Aber ist irgendwie auch süß. Ja, ist es total süß. Und sie muss ja nichts so tun, als wäre sie jetzt irgendjemand jung ist oder so. Sie kann ja einfach so sein, wie sie ist. Aber das, da habe ich mich nämlich gefragt, ist es das Ende von mir aus? Ich will es nicht laut sagen. Aber weil einfach nur das Video so wenig aufwürdig ist. Das hat mich ganz kurz, aber gleichzeitig hat sie diese Weltschuhe ausverkauft. Ja. I think she's fine. Ich glaube auch, es geht ihr gut. Und ich glaube auch, dass es ja weitergehen wird, weil sie es einfach ist. Also sie kann auch jetzt ein paar Jahre nichts machen und dann wiederkommen, so wie sie es ja immer macht. Und dann geht es irgendwie auch wieder weiter. Weißt du, wo mir Beyoncé letztens viel Kraft geschenkt hat? Im Privaten natürlich. Ja, ja. Ich habe gedacht, ich habe zu meiner Tour ein, ich weiß gar nicht, habe ich das in meinem Podcast erzählt, einen negativen Kommentar oder so bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt auch Leute, die Beyoncé nicht mögen. Ich habe mich mit Beyoncé verglichen, klar, der Vergleich liegt nahe. Und habe mir gedacht, es muss auch nicht immer jedem alles gefallen. Also das weiß man ja eh. Aber der Fakt, dass es Menschen gibt, die Beyoncé nicht mögen, das finde ich einfach beruhigend als Lebensphilosophie. Ja. Lady Gaga hat mal gesagt, ja voll, auf jeden Fall. Lady Gaga hat mal gesagt, there could be 99 people in the room. But there's only one. That believes in you. Vor allem sie hat es nicht nur einmal gesagt, sondern sie hat es auf jeder Pressekonferenz für drei Monate straight gesagt. Wir sollten sowas auch haben im Podcast. Irgendwas, was wir jedes Mal sagen und jedes Mal aber so tun, als würden wir es das erste Mal sagen. Und die andere Person muss auch so reagieren. Ja. Inspiring. Da müssen wir uns noch was überlegen. Das kommt von ganz allein. Meinst du? Ja. Ja. Gut. Mein Lieblings Film, Serie. Boah, die Frage hasse ich. Irgendwie dolle. Du nicht? Was war die letzte Frage? Künstlerin. Ah. Wo bin ich hier? Wer bist du? Ja. Und was war die neue Frage? Das ist wirklich cool. Ja. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Lieblings Film, Lieblingsserie. Ach ja, das ist mega schwer, weil das ändert sich ja jeden Monat. Da habe ich früher immer gesagt, Shutter Island, um cool zu sein. Weiß ich nicht mal, was es ist. Das ist mit Leonardo DiCaprio. Ja. Ja. Okay, trotzdem nicht. Und er ist voll gruselig. Ich, wirklich, Leonardo DiCaprio ist ja groß im Kommen. Der wird ja gerade so richtig groß. Ja, ist ein Rising Star. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, aber der ist komplett an mir vorbeigegangen. Wirklich? Ja. Ich kenne wirklich, also ich habe auch die ganzen großen Filme. Du bist aber auch keine 26-jährige Frau, deswegen ist er komplett an dir vorbeigegangen. Ja, ich glaube, ich bin im anderen Kulturkreis. Ja. Einfach unterwegs. Du bist kein Topmodel. Nee. Ja. Noch nicht. Richtig. Kommt mal. Wir haben vor kurzem ein Fotoshooting gehabt für diesen Podcast. Ich hoffe, euch gefällt das Cover. Ihr könnt es jetzt schon sehen. Wir haben es noch nicht gesehen, weil wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme... Haben wir es noch nicht gesehen. Haben wir es noch nicht gesehen. Aber wir haben ja die Fotos so ein bisschen gesehen auf dem Laptop. Die sahen schon mega aus. Ja. Sehr süß, sehr lustig. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Ich habe mir fast in die Hose gepingert, als ich das in deinem Bild gesehen habe. Ach, schon wieder? Ja, schon wieder. Ich habe da ein Problem. Als du auf diesem Ding versuchst, so zu reiten, das fand ich so funny. Falls das Foto mit in die irgendeine Auswahl kommt und wir haben es, können wir es euch mal hier einblenden. Weil ich glaube fast nicht, dass es das Cover ist. Aber da habe ich es erst gemerkt, wie schwer es ist, ein Topmodel zu sein. Also mit dir zusammen, da habe ich mich wohler gefühlt, glaube ich, als wenn ich das dann alleine gemacht habe. Ich dachte eher weniger, weil ich ja so raussteche und das so neben mir einfach stark abfällst. Aber vielleicht fühle ich mich auch ohne Schatten. Ich habe die ganze Zeit nur zu dir gesagt, Carlo, deine Haut, was machst du mit deiner Haut? Die sieht so gut aus. Schau mal, wie straff die ist. Der ist keine Verhalten für mich mal so richtig. Salat auf Make-up einfach. Ach nee, es ist wirklich, das ist aber auch deine Jugendhaftigkeit. Richtig. Mit 27 ein Dreiviertel. Ein Viertel? Ein Viertel. Meine Güte. Naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie schwer es ist, ein Topmodel zu sein. Ja, es ist auch. Ich dachte auch immer, dass ich bei Topmodel 100% würde ich da gewinnen. Ich finde es auch, man hat so dann so seine fünf Blicke und fünf Bewegungen und ab dann wiederholt sich auch alles nur von vorne und man hofft, dass der Fotograf vielleicht irgendwie in was anderes bei rumkommt. Und sind wir ehrlich, die waren nicht gut bei mir. Ich habe die dann durchgeschaut und wir haben echt ein Weichchen gebraucht, bis das war. Aber naja. Bei mir ist es aber auch immer so, weil ich will zum Beispiel nicht auf jedem Foto lächeln oder lachen, aber wenn ich das nicht mache, sehe ich einfach so scheiße. Und dann probieren wir nochmal lachende Fotos. Das ist wahnsinnig unfreundlich. Ja, ich sehe pissig aus, aber ich finde es auch unvorteilhaft teilweise. Vielleicht wird es Zeit für ein neues Gesicht. Das ist das Problem, es ist unser Gesicht. Naja, dann kommen wir eben zum nächsten Sponsor. Also wir sind natürlich offen, es wird wahrscheinlich Werbung früher oder später geben, aber wir machen das natürlich aus Spaß. Aus Spaß an der Freude. Aber, ne, wir haben jetzt hier ein bisschen was vorgestreckt für unsere Mikrofone, für unser Equipment. Das muss auch wieder reinkommen. Richtig. Wenn ihr eine Firma habt, schreibt. Okay, aber was ist denn jetzt ein Lieblingsfilm oder Serie? Gibt es da was? Ich glaube, New Girl ist was, was ich immer wieder anschaue. Ich habe jetzt angefangen wieder von vorne. Und Grace and Frankie. Das hatte ich auch mal eine Zeit lang geguckt, aber nie fertig. Hatte ich nicht so gecatcht. Ich weiß nicht, das ist halt so ein Wohlfühlformat. Ich glaube, ich komme immer wieder auf die lustigen Sachen zurück. Mit so zwei älteren Damen, da kannst du dich auch gut identifizieren, oder? Wirklich? Ja. Halt wirklich? Ja. Ich weiß, also allgemein mit den älteren Menschen, das sind irgendwie Vorbilder. Ja. Und das hat mir so, ich habe lange da am Anfang, als ich die Serie gestartet habe, habe ich mir gesagt, bin ich mehr sie oder bin ich mehr sie oder er? Und da habe ich gemerkt, ich kann alle sein. Ja. Das ist geilste Limit. Nee, aber so, das ist irgendwie schön. Wirklich, das hat mir ein bisschen die Angst vorm Alter genommen. Es geht darum, dass zwei ältere Frauen oder zwei ältere Ehepaare sich trennen, weil die beiden Männer auf einmal zusammen sind und heiraten wollen. Und die hatten seit Jahren eine Affäre und es ist eine richtig dreckige Situation und dann finden sich alle in ihrem neuen Leben wieder. Die beiden Frauen ziehen zusammen, die beiden Männer ziehen zusammen. Die beiden Frauen sind nicht zusammen, aber gründen so eine WG, eine Alters-WG und finden wieder zu sich, wie sie jetzt alleine sind. Und das halt aber einfach auch sehr lustig. Und das hat mir ein bisschen die Angst vorm Alter genommen, weil ich gemerkt habe, man kann im Alter auch noch Sachen erleben und machen und Spaß haben. Richtig. Und lustig sein. Ja. Voll. Das war nicht sehr schön. Ich glaube, im Alter wird auch vieles, also ich glaube, jetzt ist es gerade so zwischen 30 und 40, glaube ich, nochmal so richtig kacke vieles auch und richtig schwierig und richtig herausfordernd. Und man macht viele auch so finanzielle Sachen. Also für mich ist es immer sehr belastend, alles was so mit Finanzen ist oder mit Versicherung oder keine Ahnung. Auch so große Entscheidungen. Das ist nochmal schwierig. Und ich glaube, ab dann wird es aber wieder auch besser. Hoffentlich. Weil ich glaube, man hat so die Kindheit, da ist alles irgendwie unbeschwert, weil man auch irgendwie alles vergisst, glaube ich, oder so. Und dann wird es irgendwie schwieriger und schwieriger und dann wird es, glaube ich, wirklich irgendwann besser, weil du dann auch mehr weißt, wer du bist und wo deine Grenzen sind. Und ich freue mich da ehrlich gesagt auch schon ein bisschen drauf. Ja. Ganz oft ist man ja auch in Situationen drin und denkt sich, das ist ganz schlimm, aber eigentlich weiß man ja, die Welt wird nicht davon untergehen. Es ist eigentlich komplett egal, aber man muss sich noch ganz oft daran erinnern und ich hoffe, dass im Alter das so sich natürlicher anfühlt, dass man wirklich so fühlt, es ist egal. Es ist ja auch so vieles egal. Ja. Das merkt man ja jetzt schon, wenn man ein Jahr zurückblickt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das hat vielleicht auch was mit meinem Siebhören zu tun, aber an sich, wie viel zählt überhaupt was? Naja. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und ich finde, es ist eine gute Frage. Wenn ich groß bin, werde ich groß. Noch größer? Noch größer? Gute Frage. Das hat sich jetzt ja auch schnell geändert, ehrlich gesagt. Bei mir, also innerhalb von einem Jahr habe ich einen komplett neuen Weg eingeschlagen. Ja. Keine Ahnung. Vor zwei Jahren hättest du wahrscheinlich nochmal was ganz anderes gesagt, als du jetzt sagen würdest. Voll. Aber gibt es so irgendwelche Ziele oder Meilensteine oder Vorsätze oder irgendwas? Ich meine, das Neujahr beginnt auch bald. Ich hasse es. Ich hasse den Neujahrsvorsatz. What is my aspiration in life? Mehr wie die auch. Was hat sie da gesagt? Also you wanna be happy oder so. Ja, kann sein. Ja gut, wenn man alles hat. Richtig, das ist der nächste Schritt, würde ich sagen. Ich glaube, aber trotzdem Gesundheit, Zufriedenheit. Ja. Bla, bla, bla. Mehr Sport machen. Ja, nee, aber ich habe keinen konkreten Plan und ich bin auch fein damit, ehrlich gesagt. Ja. Du? Ich habe, glaube ich, auch nicht, was, lass mich mal kurz überlegen. Was sind meine Ziele? Jetzt bin ich 30. Bin eigentlich ganz happy, so wie es ist. Ich glaube, so ein bisschen geduldiger werden ist, glaube ich, ein großes Thema. Ein bisschen gnädiger mit mir selbst und auch mit anderen sein. Also einfach auch, also ich finde zum Beispiel, was du ja gesagt hast, dass ich, ich sehe irgendwie das Gute in den Leuten, aber natürlich so zum Beispiel bei meiner engsten Familie bin ich viel zickiger, bin ich viel irgendwie härter auch mit denen. Und das will ich, das will ich mir vornehmen, so ein bisschen weicher da auch zu sein oder auch nicht so, weil man lässt ja dann auch das so raus, wenn man weiß, man kann sich da fallen lassen und die lieben mich trotzdem, egal, auch wenn ich so bin. Aber es ist irgendwie auch scheiße, dass man genau zu den Leuten, die es ja eigentlich einen auch am liebsten mögen und die ja immer für einen da sind, dass man zu denen dann irgendwie kacke ist. Total, ja. Ich kenne genau dieses Gefühl und das schlechte Gewissen, was damit dann irgendwie verbunden ist manchmal. Ja, das ist ein schöner Vorsatz, aber wir haben jetzt beide überhaupt nichts mit Karriere gesagt. Was sagt das jetzt über uns? Wir sind keine Workaholics auf jeden Fall. Nee, das werde ich auch nicht mehr. Also wirklich so gar nicht. Das ist auch in Ordnung. Ja, voll. Ich finde es auch richtig gut. Ich bin ja auch null perfektionistisch zum Beispiel. Ja, ich auch nicht. Ich finde, das ist auch, also lieber Sachen machen und es passt jetzt, der Podcast-Ton so. So richtig krasses Rausch. Ja, Hauptsache man hat mal die erste Folge aufgenommen und man macht das jetzt und dann ist immer noch, wir können ja immer noch Rubriken auch machen, wir können immer noch Jingles machen, wir können hier noch, keine Ahnung, wir können alles machen. Wir können eine Live-Tour machen, wir können keine Live-Tour machen, wir können Breakdance-Kurs machen, alles ist möglich, aber einfach mal anfangen und es muss nicht alles immer so 3000 Prozent sein, oder? So ist es. Wir sind einfach stets bemüht und hoffen, dass es langt. Wir haben echt oft den Titel jetzt hier reingebracht, hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ich auch nicht. Und auch oft passend. Es war nicht mal so, dass es jetzt krankunangenehm wäre. Es ist ein bisschen unangenehm. Das können ja die Leute dann uns schreiben. Ihr könnt ja gerne die ganzen Fragen auch in den Kommentaren zum Beispiel beantworten oder ihr sucht euch, sag ich mal, drei, wo ihr eine witzige Antwort habt. Ich muss jetzt nicht von jedem Witz wissen, wer eine Katze als Lieblings-Tier hat. Aber vielleicht sind ja irgendwelche interessanteren Antworten dabei, ja? Ja, die Katzenliebhaber N. Ihr könnt aber auch gerne alle 15 fragen. Wir schreiben die euch nochmal in die Infobox vielleicht. Machst du das? Du machst es. Gut, über die Arbeitsaufteilung, da sprechen wir dann gleich nochmal. Aber ja, abonniert natürlich diesen Kanal oder diesen Podcast. Gibt fünf Sterne mindestens. Wir sind ganz gespannt, was da jetzt draus wird. Die erste Folge, das war jetzt überraschend für mich. Ich wusste diese Fragen davor nicht, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dir auch natürlich. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht überfahren. Aber ich dachte irgendwie, so mal reinzukommen. Voll gut. Und es ging ja auch um viel anderes. Eben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Sinnbild für den Podcast. Vielleicht haben wir irgendwann mal ein Thema dabei, aber es wird ja um alles andere auch gehen. Total. Nächstes Mal sprechen wir über Das wird sich zeigen. Meine Hämorrhoiden. Oh ja, bitte. Habe ich noch nicht drüber gesprochen öffentlich. Ja, über Zeit. Nach zehn Jahren. Ja. Gut. Gut. Das war's. Macht's gut. Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt stets bemüht. Das ist das, was wir jetzt sagen. Ciao. Ciao.